Der Lindenstraße-Schauspieler Christian Karmann, 48, hat in einem Interview von seiner schweren Covid-19-Erkrankung erzählt. Rund drei Wochen habe er im künstlichen Koma gelegen, sagte Karmann der Bild-Zeitung. Als ich am 5. April aufwachte, erfuhr ich, dass mein Vater am gleichen Tag an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben ist. Er habe Mitte März seine Eltern besucht. Ich bemerkte dort schon Symptome. Als ich nach Berlin zurückkehrte, hatte ich Schüttelfrost und 40-Grad-Fieber. Ein Krankenwagen habe ihn schließlich in eine Klinik gebracht. Sein Zustand habe sich so sehr verschlechtert, dass er drei Wochen ins künstliche Koma versetzt worden sei. Ich musste beatmet werden. Es stand bei mir spitz auf Knopf, ob ich durchkomme. Auch seine Mutter und seine Schwester hätten sich infiziert. Er sei sich aber nicht sicher, ob er seine Familie angesteckt habe. Inzwischen habe er wieder Besuch seiner beiden Töchter empfangen können. Das hat mich sehr glücklich gemacht und mir geholfen, um über alles hinweg zu kommen. Karmann habe 15 Kilogramm angenommen. Nach der Entlassung folge die Reha. Nach der Entlassung folge die Reha. Untertitelung des ZDF, 2020